Hi und willkommen bei Westmünsterland BBQ. Wir machen heute mal wieder was vom Grill. Klassisch, gewickelt, mit Speck. Ganz einfach und richtig lecker. Und zwar Chicken Bombs. Freut euch darauf. Die Zutaten seht ihr wie immer in der Videobeschreibung. Unter dem Video, da ungefähr, wo hier Aufklappen steht. Da drunter einfach mal klicken. Ansonsten, ja, wir haben ein bisschen was hier. So viel brauchen wir gar nicht. Oh, ich sehe gerade, ich habe die Jalapenos noch vergessen. Die kommen gleich. Aber erstmal müssen wir eh unser Hähnchen kleiner machen. Also wir haben hier ein paar Hähnchenbrüste geholt. Und die werden wir erstmal etwas kleiner machen. Sprich, so sind die natürlich zu dick, weil wir das Ganze noch etwas einwickeln. Deswegen werde ich die einmal halbieren. Und zwar schön vorsichtig mit dem Messer einmal in der Hälfte durch. So, das werden wir noch etwas plattieren. Dazu eignet sich natürlich prima so eine Tüte. Die werden wir einmal öffnen, dass wir sie auch ein bisschen auseinanderfalten können. Hähnchen rein, Folie zu. Und dann werden wir es natürlich platt machen, nach meiner Art. Ich ahne schon Böses. Ja, was heißt Böse? Es ist ja einfach. Gewaltiges. Welche Pfanne nehmen wir denn? Nimm die größte. Wenn schon, denn schon. Ich muss hier schon Pfanne aussuchen. Na gut. Die ist groß. Und. Es funktioniert gut. Das kann man nicht anders sagen. Man kann natürlich auch einen Fleischklopfer nehmen. So ist das ja nicht. Da haben wir ein schönes, plattes Stück Hähnchen. Zack. Auf dieser Seite machen wir es natürlich genauso. Und mit den anderen auch. Jetzt haben wir hier mal das zweite Stück. Das ist natürlich relativ groß. Deswegen schneide ich das einfach halb durch. Mal gucken. Ungefähr so. So viel brauchen wir gar nicht an Material. Wir werden es nachher noch einwickeln. Und von daher. Ja, das machen wir gleich auch. Genau. In der Hälfte durch. Inzwischen. Achso. Das würzen wäre natürlich nicht schlecht. Das kann man auch innen würzen. Mit meinem schwarzen Label. Mein zukünftiger Rub. Der schon von mir fertig gemischt ist. Aber der kurz vorm Verkauf ist. So, hier haben wir jetzt Frischkäse. Und hier haben wir jetzt eine Mischung. Ich wollte eigentlich rein Cheddar haben. Aber den habe ich nicht mehr gekriegt. Deswegen musste ich hier eine Mischung nehmen. Was ist da überhaupt drin? Cheddar und was anderes. So, das schön vermischen. So haben wir alles schön vermischt. Können wir das zur Seite stellen. Und dann haben wir hier unsere Jalapenos. Da schneiden wir hinten einmal das Käppchen ab. Dann können wir hier mit einem Löffel reingehen. Hier sind ja solche Stege. Einmal da und da. Da ist dieses Kerngehäuse mit dem Äußeren verbunden. Und wenn man die einfach mal mit dem Löffel oder mit der Löffelrückseite löst, kann man die so komplett leer machen. Und dann eignen die sich prima zum Befüllen. Oh, es riecht jetzt schon prima nach Jalapenos. Ich finde die ja vom Geschmack her mega. Ich auch. Also Jalapenos ist wirklich sehr, sehr lecker. Jedes klassische Barbecue-Gericht sollte Jalapenos mit dabei haben und Käse und Bacon. Dann können wir uns nochmal den Löffel nehmen und holen uns ein bisschen was da raus. Und das streichen wir jetzt da rein, also die Käsemischung. Und jetzt merkt man relativ früh, es ist zu, es ist dicht, aber unten ist noch Platz. Deswegen einfach mal mit der Löffelrückseite so ein bisschen nachpieksen. So schreck, dann kann man die Jalapeno auch bis zum Schluss füllen oder bis unten füllen. So, einmal oben glatt abstreichen. So, jetzt nehme ich mir mal so ein Streichmesser und werde zusätzlich noch unsere Hähnchen etwas mit dem Käse eincremen, einstreichen. Wir haben uns nämlich gedacht, viel hilft hier. Außerdem klebt es ja dann ganz gut. So schön, als wenn man ein Butterbrot bestreicht. Das sieht so mega lecker. Ich glaube auch. Das ist ja wirklich, denke ich mal, ich glaube, das klebt ganz gut dann auch, oder? Mhm, du kannst es schön einrollen. So, und jetzt. Einen Jalapeno hier rein. Und dann wickeln wir das einfach zusammen. So, auch wenn jetzt hier so kleine Löcher noch sind, weil man es kaputt geschlagen hat, ist nicht so dramatisch. So passt das ganz gut. Und hier haben wir schönen guten Speck. Da legen wir einmal hier was so auf die Schnittkante. Hier auch. Hilft dann so ein bisschen, dass es nicht so schnell ausläuft. Und dann jetzt hier einmal quer drüber und leicht schräg versetzt umwickeln. Und so könnte man es schon auf den Grill legen. Zack. Das sind mal schöne Päckchen. Ja, und da machen wir noch ein paar mehr von. Hier haben wir jetzt mal sechs Stück gemacht. Wir hätten auch natürlich, also pro, ich sage mal, pro Hähnchenbrust, wenn sie etwas größer ist, die Brust, kriegt man vier raus. Aber sechs aufgrund des Specks. Hast du wenig reingekauft. Ja, ein bisschen. Nun, egal. Also, die genauen Mengen schreiben wir euch noch in die Videobeschreibung rein, dass ihr genau wisst, wie viel ihr braucht. Ja, auf jeden Fall, so können wir es jetzt erstmal auf den Grill legen. Und Smoker ginge auch. Aber wir machen es jetzt auf den Gasgrill. Und da gehen wir jetzt mal hin. So, ich habe den jetzt so vorgeheizt, dass also rechts und links bei dem Fünfflamming eine Flamme an ist. Und ich werde jetzt die Hähnchen hier oben hinlegen, weil sich die Hitze dann natürlich oben auch so ein bisschen sammelt. So ist am effektivsten jetzt. Man könnte es auch letzten Endes hier unten hinlegen. Aber schön nach oben und dann warten, bis der Speck gut ist. Geht auch. So, darum legen wir sie mal hier oben hin. Wir richten uns jetzt so ein bisschen nach dem Speck und achten darauf, wann der denn wohl fertig ist. Wenn wir jetzt merken, der ist zu früh, zu dunkel, also insgesamt eine halbe Stunde sollten die Dinger schon brauchen, dann legen wir es einfach runter, weil unten nicht so viel Hitze ist. So, dann wie gesagt, Deckel zu, nur indirekt fahren und dann warten wir jetzt erstmal. 15 Minuten sind jetzt um und wir können anfangen zu pinseln, weil nämlich jetzt der Speck schon so ein bisschen anzieht. Ihr seht schon, hat sich alles insgesamt so ein bisschen vergrößert. Das ist also normal. Und jetzt schön etwas Barbecue-Soße eurer Wahl drüber geben und dann schön verpinseln. Schön überall, außer ganz, ganz unten. Also drehen werde ich die jetzt nicht. Ich lasse die einfach so liegen. Da, wo ich hinkomme, da kommt auch Barbecue-Soße ran. Das Ganze können wir dann nachher nochmal machen. Wie gesagt, jetzt einfach so ein bisschen warten, bis die Barbecue-Soße etwas anfängt zu kleben, sprich, dass die Feuchtigkeit so ein bisschen verdunstet. Dann decke ich ihn wieder zu und in 5 bis 10 Minuten machen wir das nochmal. Wir sind fertig. Wir haben jetzt 35 Minuten gebraucht. Ich habe sie zwischendurch mal nach unten gelegt, dann wieder nach oben zum Schluss, damit also das hier schön anfängt zu kleben und sie duften und sie sehen gut aus. Ich brauche da jetzt auch nicht mal einen Kernthermometer reinzustecken. Also Hähnchen ist mit Sicherheit gut. Ist ja letzten Endes auch außen, weil innen ja die Jalapeno ist. Das heißt, der Kern, wenn der nicht im schlimmsten Falle nicht ganz durch sein sollte, ist es nicht so dramatisch. Hähnchen außen mit Sicherheit super. Darum mal runternehmen. Ja, hier liegen sie und sie duften so gut. Und dann schneiden wir einfach mal eins an. Hier und da ist ein bisschen Käse rausgelaufen, ist nicht weiter dramatisch. Insgesamt ist noch wirklich viel, viel drin geblieben. So, und jetzt einmal den beherzten Mittelschnitt. So sehen sie aus. Da ist es ein bisschen rausgelaufen. Hier ist auf jeden Fall noch drin. Und ja, von innen, also super. Hähnchen ist auf jeden Fall durch. Klasse. Und dann müssen wir natürlich mal antesten. Oh, da ist nur noch die Spitze. Zack. Einmal durchschneiden. Schön mit Käse. Oh ja, mit Käse. Das könnte heiß sein, habe ich mir gerade mal so gedacht. Nein, komm. Ich bin ja schnell mal dabei mit einfach so reinbeißen. Aber bei Käse sollte man vielleicht doch vorsichtig sein. Ach was, das geht schon. Mega, oder? Boah, super. Es schmeckt so geil nach Jalapeño auch. Das ist absolut fantastisch. Richtig lecker. Richtig, richtig lecker. Speck super, Käse super. Absolut fantastisch. Also das müsst ihr mal ausprobieren. Ist so einfach und ihr seht es. Auch wenn die Hähnchen, weil ich sie platt gedrückt habe, hier und da schon ein bisschen auseinander gegangen sind durch den Speck. Bleibt alles schön zusammen und alles in Form. Perfekt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, probiert es unbedingt mal aus. Ihr werdet begeistert sein. Und ja, freundlichen Kommentar hinterlassen wäre natürlich super. Daumen hoch und den Kanal abonnieren, falls es noch nicht geschehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rolf. Ciao. Ciao. Ciao.